Sabine, lass mich jetzt in Ruhe! So, was soll ich machen? Ich versteh auch mal kaum was. Evie ist hier und hier. Soll ich Richtung Schlachtergasse? Evie? Evie? Was wird der König? Ja, ja. Soll ich Richtung Schlachtergasse VK? Ja. Wo du den Kajun vorhört? Nicht da rein. Was nicht in die Schlachtergasse? Ich sollte da jetzt nicht hier. Nicht in die Schlachtergasse, Herr Jungs. Also ich schon, äh... Evie, ihr bleibt da, ihr bleibt hier, bleibt doch hier! Evie, in der VK Schlachtergasse gucken! Einer guckt in die Schlachtergasse, ja. Ich bin mit Bruce hier. Hallo Bruce. Uhu. Wo ist es denn wahrscheinlich, dass ich hinziehen soll erstmal? Okay. Wir auch, ne? Ja, alles gut. Ich hab' mal kurz ne AP rein und schieß' das Auto platt, dann guck' ich nochmal, ob da vielleicht irgendwer hinten steht. Vorsicht, LP. Ich hör' nie rein ins Haus, du kriegst von oben sonst. Flachtergasse ist soweit voll. Flachtergasse ist soweit voll. Dann bleibst du da jetzt zimpen und guckst rein. Oh mein Gott. Bleibt stehen. Häufern komm rein. Ich hör' so aufgehen. Ich bin zu fett. Ich hab jetzt hier alle gold geladen kontakt ja schluss das wäre nur ein panzer top nicht bewegen ich werde verschossen vom höh aus und stell dich mit der front sind dass du nicht beschossen wirst ob du das auf den rp wirken kannst jetzt wissen dass wir art hier haben na gut hast du nichts getroffen? nein Er ist da gerade aufgegangen? Die kommen bestimmt über die 2, ja, ich bin wieder gemutet. Okay, die sammeln sich jetzt an der Schlafzeitklasse. Ich bin ja mal überlegen, ob der Kerl nicht den LP rausnehmen soll, oder? Mh, mh, wir warten hier. Wenn, dann müssen wir den T-44 checken, weil Kerl ist zu langsam. Ja. Ja. Wir machen das Semper wie wir. Abwarten. So sieht's aus. Boah, der andere brennt mir jetzt echt eine rein, hey, oder? Haben wir das gemacht? Eier? Bleibt ruhig. Vielleicht geht das mal E-Gewichse los auf die Türme. Ja. Ich hab gerade den LP-CR gefressen. Und das? Ich hab den Typen in den zurückgeholt. Danke dir. Sehr schön. Ja, aber die zahlt sich jetzt. Gut. Bin ich. Immer schön vorsichtig, hier zwei A oben. Noch zwei Heavis oben. Steppern. Renati. Immer schön reinhalten. Boah. Hallo. 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 Hey. Wir fahren jetzt hinten ... 100 Pro hinten runter. Die kommen bis zwei, drei Panzer vom Hill .. denke ich auch. Diese hier gucken da in die Gasse rein, hier hochschauen. Ne, das wäre schon besser, wenn die da Wir auch. Also ... Die, wenn die, wenn die hier an der Ecke gehen ... Die pushen jetzt. Stefan, bereithalte! Also man ... Ich hab die IS-3 im Griff, die da runter kommt Pass auf, dass du dich dein Kettenrad zeigst Ich hab die IS-3 in der Seite Vorsichtig Stefan, wir müssen reinhalten Stefan, wir in die Dosen, fahren wir rein, gell? Nehmen sie raus hier? Rot ist raus Kreuz, Kreuz, Kreuz Stefan Vorwärts, Vorwärts, Vorwärts Abpraller IS-3 im Hintern Ok, hier außen kommt ein Push Nein One-Shot, 300 Struktur Der Kearney in die Pommesbude rein, bitte Bruce, Linda, 300 Struktur Ja Boah, was schnell hier Jetzt als nächstes vor euch, 54 Struktur Jetzt der 1300er Der 1000er, richtig Er ging voll durch ihre Panzerung Rund, wohin guckst du? LP ist gleich tot Sie versuchen es nochmal außen hier Bebe Au Wollen wir raus? Danke Gägerisches Fahrzeug ausgeschaltet Wir versuchen, die beiden Handys hier rauszunähen Jetzt, jetzt die IS-3 noch Weiß einer, wieviel Schuss die Fifties noch haben? Ohja 500 500 Ne, der eine hat 900 Wie viele Granaten, die geladen haben? Achso, keine Ahnung Die laden haben Die sind gerade am abladen Leute, ganz ruhig Ganz ruhig, Leute Ruhig bleiben, ruhig bleiben Wir haben alle in Deckung, die hier müssen erstmal ranziehen Ja, zurück Und der hier auch Haltet euch zurück Haltet euch zurück Ja, ich aim hier hin Ich aim hier hin Du musst trotzdem ranziehen Du musst trotzdem ranziehen Alles klar Sonst nehmen die alle raus Okay, bin da Weil weg können die nicht mehr Weil weg können die nicht mehr Weg können die Die Arti kann in den Cap fahren Die Arti kann in den Cap fahren Ja, genau Die Arti kann in den Cap Kai, wohin willst du? Okay Ich tu sie mal hinten rausjagen, okay Du musst da bleiben Kai Okay Kai, hoch zielen Weil, weil wenn die sonst hier oben Wenn die hier oben crossen wollen Müssen die dafür durchdraft werden So, jetzt die hier mit dran Okay, nice Geschichte Wo schon, naja Jo, so sieht's aus Das ist der letzte Gegner Nehmen wir den raus Sehr schön Geil Habt ihr mich verstanden? Ne, oder? War ich gemutet Ne, moll Was du gesagt Ich fühl mich nicht beachtet Du hast gemutet So, jetzt 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 mal kurz Eine Sache Die mir Massiv aufgefallen ist gerade Ähm Wo ich Wo ich mir wirklich dachte Wieso? Bruce Wo du daneben Linda standest Da muss ich jetzt mal eben Weil ich bei der Besprechung nach vorne